Guck wieviel Glas hab ich? Oh. 153, ok. Ja, ja. Warte, was hab ich gesagt? Feder? Eisen? Und? Was macht? Ach, der baut gleich Kugeln, alter, aus dem Glas. Scheiße, der soll doch nicht machen. Ok, stopp mal hier, weil ich wollte mir das Glas noch ein bisschen aufnehmen, ich weiß gar nicht, wofür man es nur braucht, aber jetzt habe ich 36 Glas Kugeln, das reicht erstmal. Ich guck einfach noch mal rein. Ach ne, kannst du mal gucken, was die Pfeile brauchen? Stecker, glücklich. Warte, warte. Pfeile. Welche möchtest du denn? Knochenpfeile? Eisenpfeile. Eisenpfeile. Kann ich, glaub ich, noch gar nicht bauen. Wo bausten die mein Inventar? Ne, äh, an der Werkbank. Vom, vom... Ach so. Vom Fritzi, ja. Was vom Schmied? Ne, vom, äh, Zimmermann. Zimmermann? Ist das die Werkbank von... Ne, Rüstungsmacher. Ne, Zimmermann. Habe ich die überhaupt schon? Ja. Das ist Schmied. Ach so. Stecker, Eisen und Federn. Ne, äh, kann ich nicht bauen, muss ich nicht? Ne, ich komm rüber. Ne, ich kann es ja nicht bauen, Alter. Ja, aber ich. Ach so. Ach du hast keine Werkbank bis zum Moment. Ne. Ach so, ah, jetzt. Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht nochmal 400 Holz holen. Hm. Ah, meine Handschuhe nehme ich immer mit, weil die anderen sind bald kaputt. Jemals in 10, ne? Glaub ich. Ich glaube ja. Ach so, in so Komposit... Ach so, ja, stimmt, ja. Wollte ich ja. Ja, das ist – ichkel kinda' – Leider. Brauchst du auch welche? Ich hab' 31 Stück. Kannst du sie bauen da oben, ja? Was muss denn da für Lamm? Ähm Warte, sag ich's gleich? Ach hier, ah, Eisenkopfpfeil, okay, 3, oh, naja, okay, kann man mal machen, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich verteilen kann, Waffenschmied, achso, Waffenschmied, was kann ich den haben, einfaches Verbesserungskit, da muss ich mal hoch, bist du noch in der Hütte, ach ne, da unten bist du schon gerannt, ah, hier, okay, ah, Öl, dazu brauche ich Öl, ist gut, wir müssen irgendwo mal gucken, dann wo wir Öl herbekommen, was machst du eigentlich mit dem Schwefel, ey, keine Ahnung, ich sehe dich da oben, wie er auf seinem Dach steht, wie Graf Koks, so, wo sind wir, da, okay, da ist die Arena, hä, Erik spielt, wieso spielt ein Erik, das war ins Bett, Alter, ich soll auf die Uhr gucken, Junge, naja, da hat er geschlafen, bis jetzt, jetzt ist der Mund, aber, also trotzdem krank, äh, warte mal, können wir gleich von hier oben dorthin, wir sind hier irgendwo, Ankerpunkt, irgendwo soll es starke Gegner geben, hat Erik gesagt, da war das vielleicht Erik vorhin, der Zuschauer, das kann sein, der Lübbel, mhm, wo bist du jetzt in die Lübbel? Ich bin runter, hier zum Wasser, siehst mich doch auf der Mappe, auf der Mappe, da muss ich mal das M drücken, blöder Hase, den Hasen kann ich nicht tot schlafen, auf der Faust, schade eigentlich, oh, jetzt habe ich in eine verblättet, glaube ich, bist du hier runtergesprungen, oder was? Nö, ich bin hier runtergelaufen, hä, hä? Oha, ja, ja, wo läuft das, da ist er, ja, ich bin gerade hier von. Da ist Erik, ich weiß, ja, dich. die verstecken sich so die tricks aber ich trinke dich um da macht nicht alle ich hasse die ausgeraucht sehr schön der elende waran schönes ding aber ich könnte gut krieg mit dem gesocks hat damit auch nicht runtergekloppt weil du bei dieser scheiße in diesem scheißspiel kannst du das nicht lokalisieren woher die kommen du denkst die sind links da sind wir nicht da drehst du dich um du hörst es einfach nicht kotzt ja schon mal am nächsten oder was ist ja du machst die fertig ich bleibe die ganze anschießen ich bleibe erst mal liegen pausiert so er hat verkrüppelt äh alter er trifft mich doch schon mal ohne Ente wie sie blickte sein jungen jungen schön ins ober schießen dem vie zu machen finish weg damit krim nach den zieh ich ab jungen das habe ich auch schon unter das fleisch da achso Reptilienhaut sprengdrüse dieses wildfleisch ich weiß nicht wozu das da ist das das kannst du essen das kannst du braten und essen ach das ist doch ekel ich habe es auch immer mal ins feuer gelegt da war nichts passiert ein schuss weg was geil ja 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 die bringt nicht viel ja 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 wohl hundert tier heute doch fünfe das ist ehrlich wo ist der ach bei sich zu hause achso da müssen wir glaube ich weiter hier hinten lang achso ich höre zwischen ja ja da fliegt es auch schon wieder du schießt auf mich ich bin sehr hoch gerannt oh scheiße ich verkrüppelt was du ich höre schon wieder zwischen oh ist es hier ein gegner ja na klar wo denn äh 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 ich höre es bei mir schnipsen und schießen ah da rennt der otto rum mal gucken mal gucken hier hat er keine chance da siehst du wie drunter an der ecke hängt ja 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 das ist aber auch noch ziemlich backig ja also da müssen die sich doch irgendwie ja weil das macht es ja echt einfach dann mhm mhm die hat's nicht gesehen dass ich von ihm das juki auch nicht die hat bock auf dich alter mhm 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 o ö mhm 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 Oh, er rotzte seinen Dreck immer noch nach mir. Das behinderte Viehzeug, ich hasse das. Da vorne ist schon der nächste Experte. Eric hat sich hier ein gemütliches Plätzchen gesucht mit diesem Drecksviehzeug. Achso, hier liegt er. Hä? Er liegt, er liegt dort. Ich habe den Punkt auch vorhin noch nicht gesehen. Nee. Achso, der Punkt war vorhin schon da. Achso. Jetzt ist er hier in der Hütte. Beim Sonnenmann. Bei sich, der bekennt er. Nee, ich meine, das Vieh ist hier reingekommen. Achso. Jetzt schlag zusammen, du dummes Stück. Oh, hier wird jetzt weg. Ausdauer. Oh. Oh, Alter. Drecksgesocks. Geschmeißelendes. Warte, ich habe noch Wut. So. Seinen nutzlosen Garten eingesammelt. Ach, Kohle brauche ich eigentlich. Zwei Glas, Alter, man braucht sowas. Ah, Fleisch. Stimmt, wir müssen ja hinten raus. Nee, ich dachte, du siehst die bloß, wenn sie aktiv sind am Spiel. Na ja, du, da haben wir ja schon fast über vier Stunden gestreamt. Ja. Und eine Stunde vorher verquatscht, eigentlich. Ja. Ja, ja. So, die sind, glaube ich, was ist das für eine schwarze Hand eigentlich dort? Ach, das hast du markiert vor einem Ankerpunkt und das. Was soll noch Aussichtspunkt? Erik meinte, hier links irgendwo ist es schwer. Das sind die schweren Gegner. Willst du das Krokodil umbringen, ja, mach. Ja, komm, baby, komm. Ja, mach. Der hat mich doch entdeckt, Alter. Was hast du denn gewartet? Ja, ich. Ich treffe den nicht. Ja, natürlich nicht. Warum passt du mich gleich an den Stand, als er vor dir stand? Was ist da los? Ey, der erste Schlag geht meistens das Nerven. Ach so? Ne, mit rechts ganze Anstürmen. So ist es bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Axt ist. Ja, jede Waffe hat andere, andere Eigenschaften. Ja. Warum hast du Axt, geht es, funktioniert es mit einer Axt und einem Schild? Funktioniert es nicht, dieser Schild-Trick, was du da haben möchtest? Doch, aber das ist doch so glitchig, eigentlich. Ist doch, okay, ist doch egal. Ja, ja. Und wollen sie uns von unserem eigenen Surfer bannen. Ach so. Geht ja nicht. Ja. Ich sehe es nicht, weil wir bei euch so einen Scheiß... Das ist Stufe 3. Ach so. Ich war halt nur mit dem Bogen. Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen Monsterschlag gemacht, Alter. So eine Kombi. Hä? Das hat gerade gebackt, übrigens. So, dann liegt der Dreck. Der Sack. Das hat er schönes. Stahlverstärkung, okay. Eisenschüssel, okay. Und Rinder. Das ist immer gut. Eine Rinde kann man mitnehmen, oder? Gut, das ist jetzt noch einer. Ich habe doch schon mal hier einen so einen Fick wiegen gehört. Na, schrei nicht so, du Gräbel. Schnackig. Na, komm. Oh, der hat durchstrumpen. Der Gräbel. Ach so? Ich muss mal kurz weg. Soll ich übernehmen? Ja, mach mal kurz. Na, hoch. Hä? Äh. Oh nein. Wird hier nicht krass. Alter, scheiße. Ey, der sieht aus wie ein Ekel. Ey. Oh, Alter, der hat mich auch durchdrungen, Alter. Das ist so ordentlich, hat er hier zugezogen. Also, das ist... Da spinnt wohl lauwarm. Oh, wieso sehe ich eigentlich nicht mehr, was das für eine Stufe ist? Scheiße. Wie ist das? Habe ich das irgendwie ausgestellt, oder was? Ich sehe die nämlich nicht mehr. Hm. Ich glaube, ich habe das ausgestellt. Ja, ich sehe es noch, also. Hm. Ach so, dass du das für dich auf deinem Schild... Namensschilder. Ich sehe es, ja. Ja, ich habe Namensschilder deaktiviert. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Warte, ich bleib hier bei deinem Kadaver, wo auch immer da licht. Ach da vorne. Scheiße, ein bisschen lang. Muss die ganze Zeit durchlosen? Ja, bei Eric vorbei, dann durch. Und dann bist du ja schon fast hier. Es geht eigentlich recht schnell. Es ist natürlich nervig. Ja. War noch ein Bett im Bau. War schon ein Schlafsack oder sowas, hm? Hm, ja, ja. Ich sammle in der Zeit beim Maten. Ich lasse der Zeit ein bisschen schwingen. Ja. Ekelhaft, Alter. Siehst du das, ja? Na klar. Nimm dich vor den Spuckern und achte nicht, dass du dann immer dann schön ein bisschen so zickzack rennst, dass die dich nicht ordentlich anvisieren können. Ja. Ja. Durch die Wüste Rände, oder? Du kannst ja auch irgendwie spezialgegenstände bauen, ne? In den gultischen Städten. Ja. Nee, scheiße. Ah, da kommt schon einer. Fuck it. Wer kommt? Eine Hygiene. Achso. Ich glaube, die hat sich gerade mit so einem Gnu angelegt. Du musst einfach rennen, rennen, rennen. Ja. Ja, die hat ja das selbe Problem wie ich. Die will angreifen und von hinten ganz vergessen. Das wird nicht. Mhm. Hm. Nichts zum Plündern hier unten bei diesen Pennern. Ich brauche unbedingt das passive Heilen. Mhm. Ja. Äh, bis wie weit das noch ist. Wahnsinn. Und das ist immer, bis wie weit die ganze Hüte durchle. Ich bin, bis jetzt mal hier. Ja. Ja. Es ist immer, wie weit das noch ist. Das ist immer, wie weit das hier. Und das ist immer, wie weit das geschieht. Das bedeutet ja eigentlich die Zahl hier oben drin, das verstehe ich nicht. Wo ist der Otto? Wie seid ihr vorbeilaufen? Ja schon. Bist du noch bei mir in der Leiche? Ja gut, bist du ein Stück. Hä, du läufst? Achso, ach ne. Ich habe jetzt bei Erik, ne, ein Stück muss noch stimmt. Sorry. Da kommt er. Da ist er. Nackig durch die Büsche. Hier ist dein Leiche. Nackig durch die Büsche krochen, kommt er. Zum Glück sehe ich das eh elendlich. Baumeh, Junge. Glück. So. Ach Gott, alles nehmen. Oh Mann ey ey, leck mich doch. Was denn? Naja, yo. Kaki. Ja. Vom Inventor ins Männchen und vom Männchen ins Inventor. Ja. 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 So. Bogen. Was zu futtern. Meine Bären. Und Wasser. Na was. So weiter jetzt. Kann ich gleich mal 7 drücken. Und da oben ist ein riesen Vieh, ne riesen Wespe. Guck mal. Oden. Häh. Alter. Was ist das? Kilo. Wod ich sagen. Da macht uns doch alle ohne. Sieht verwirrt eindrucksvoll aus, ja. Das Vieh. Alter, guck dir das an. Ich seh es nicht, die blöde Sonne. Scheiße. Boah. Sieht aus wie ne Heuschrecke oder sowas, hä? Ja. Wollen wir es wissen oder wollen wir es lassen? Oh ja, okay. Mal gucken. Ja. Ich heil mich noch hoch. Ja. Wir können ja mal kurz testen und wenn es zu viel ist, müssen wir halt die Flucht ergreifen. Ja. Ich gucke, ich sammle hier noch so paar Fliegen, um jedes bisschen Heilung zu erhalten. Hat es mich schon entdeckt? Irgendwie krieg ich... Ey, hier ist noch eins. Die kämpft da oben. Hier ist noch eins hier unten, du. Komm mal ran auf den Meter. Warte. Warte. Ja. Was war denn das gerade? Oh, jetzt kommt sie. Was? Die kommt. Ey, mach sie. Na, tot schlagen. Ja, ich will jetzt. Ach, die geht doch weg wie nichts. Wie warme Semmeln. Nee. Öp, 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 öp. Du hast mich erwischt. Ihr ist hier hässlich, Alter. Ja, ich weiß. Ich hab mich umgeschubt, obwohl mein Schild um war. Okay. Die ist hinüber. Ich hätte ihn klauen, ne? Warte mal mal. Mit meinem Menschen. Schlitzmesser. Ja. So, die andere kannst du aufschlitzen dann. Die andere kannst du aufschlitzen, dann. Also, ich muss mich überwissen. Ja, hochheilen, oder? Ja, ja. Dämliches Fleisch brauche ich nicht. Oh, ey. Doch. Macht schon. Gut Schaden. Ja. Die hat Chitin und noch so ein bisschen Kram. Aber, lass uns mal ordentlich hochheilen. Ich glaube halt, wir hatten ja schon gut die Hälfte weggemacht. Vielleicht sollen wir es auch mit einem Bogen beschießen, ihr Idioten. Ja, ja, ja. Aber. Ey, ich glaube da hinten kommst du mit zum Schiff, ja? Hm, irgendwie. Das sieht auch geil aus mit dem Schiff da. Wie das da. Hm. Vom Weiten sah es hier noch cool aus. Ja, ja. Auch hier hinten die Kohle. Guck dir mal die Kohle an. Die und nicht. Die scheiß Kohle überall. Brauchen wir so viel Kohle? Ja. Mag sein. Wir wissen es ja nicht. Noch wissen wir ja nicht, wozu die da ist. 40 Reptilien hat. 5,2. Hm, gut. Hm. 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 so ich bin fertig ich auch gleich ja schön hundertprozent der die bär mit diesen echt besser so als sie haben was für bärm die die muss werden die wüsten bären wo findest auch hier vom kaktus sowas näher passen sind die immer ach so okay in den kleben bischen mit den blauen momentan wo ist das andere vier hin ich glaube die hat jenen typen gekämpft an der städte ist die größer nicht ist genauso oder ich habe so eine feine um meine feine sind alle scheiße ich habe noch 29 habe ich noch auswählen naja gibt man zehn ja ich habe alle abgeläschte nimmt erzählen heute heute runter auf teilen okay dann habe ich jetzt 14 und 15 so machen wir es danke was ist da los stürzt bogen schüssen verbraucht ausdauer ja sie auch schmerzlich lernen so ich muss kommt ja nicht weiter mit ich muss auch die rentier ich muss weg vorsicht ein schreier auch giftet das vieh ich schlacht die feile gehen weg wie warme semmeln alter die 14 stück waren schnell verschossen das ist jetzt eine sandeckse ich habe mich auf gepasst die sandecksen giftdrüse habe ich gekriegt komisch ist das totenschädel naja cool mal was neues hatte eigentlich mehr respekt am anfang vor dem vieh wie es da oben stand dachte ich alter das könne unser ende sein da hinten stehen zwei aber zwei gleichzeitig muss ich nicht haben äh hier liegen eier oder sowas von den idioten doch ganz zu nehmen was machst du ach so nehmen hat sie einfach mal schlitz ja ich würde mal probieren ob man so schützen kann das sind aber ganz normale eier oder ist jetzt nichts besonderes ein info ne schieferrücken eier echt eier im allgemeinen gelten ja nö pff bei mir steht nur ei ja ganz auf info ah ok schieferrücken eier ganz seltene delikatesser ich koste meins ich koste wie im echten leben alter und wie schmeckt macht die flüssigkeit auf jeden fall hier guck mal hier riesenlaser alter bist du ich bin da wo du warst weitergegangen ach ja ja da unten ja alter ist ja fast eine halbe Stadt was siehst du einen ich sehe keinen wir schleichen uns rein und bringen alle um da hinten ist das schiff du wolltest doch zum schiff ja die eier heilen auch gut ja echt ja ja also 30 oder 40 oder so echt scheiße ich brauche mal eier da vorne hat ich glaube ich noch zwei vergessen jetzt springe ich rein und klaue die oder wenn es noch 25 sind ja da sind wir nicht von hier unten gekommen ne von da unten sind wir gekommen ja es wird schon wieder da sein hier hoch Untertitelung des ZDF, 2020